Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bimogy Drive Ja heute hm hab ich grad einen anderen Anfang gemacht? heute gibt es mal wieder ein neues Fahrzeug und zwar auch ein Flugzeug ich weiß ihr mögt Flugzeuge nicht so aber ich werde sie aus zwei drei Grund benutzen Grund Nummer 1 es ist grad die ich sag mal Flugrevolution in Bimogy die wollen wir natürlich nicht verpassen Nummer 2 wir wollten alle Fahrzeuge haben also alle komplett neuen Fahrzeuge und Nummer 3 ist ich versuch möglichst viel damit zu crashen ja ähm ich weiß jetzt übrigens warum die Cessna 172 ähm Jawsysam nicht ganz funktionierte und das lag daran dass ich äh dass irgendwie die Lua Mod nicht richtig installiert war ich musste einfach nochmal neu installieren ich weiß jetzt nicht ob ich also ich hab's jetzt nicht gemacht das mach ich aber bald kurz bevor wir das nächste Mal fliegen ja und wie wir sehen wir können jetzt scrollen yay das wissen wir ab sofort hier mit scrollen wenn wir ganz runter wollen aber jedenfalls wir bitten uns heute der Cessna 120 die wurde 46 das erste Mal gebaut 1946 danke übrigens auf den Hinweis dass sie released wurde das hat mich nämlich einer darauf hingewiesen und ja ich bin mal gespannt wie es sich stellt sich auf jeden Fall ganz anders denke ich also wurde geschrieben wie gesagt nie ausprobiert das wackelt da ganz schön dran und die Kamera ist noch nicht komplett gerade oh es gibt sogar eine Frontansicht hier was steht denn hier an der anderen Leute müsst ihr lesen Fundador Airways sieht an sich schon mal ganz nett aus und dann gucken wir erstmal E ich sehe nichts das wäre ja jetzt scheiße so kommen wir können so mit zum Wakeboard interessanter sieht man sogar unten wie die sich ziehen hier link ja ist egal aber warum warte mal kurz ich muss ganz kurz was machen gut es gibt Parking Break also es gab ich habe ja jetzt das extra gedownloadet jetzt müsste es gehen warum geht es immer noch nicht das wollen mich jetzt echt dass die Teile nicht gehen ach doch jetzt gehen sie seht ihr da die Flap nein das sind nicht die Flaps so I sehe ich aber immer noch keine für einen F H G I ach doch nee egal wir werden es einfach mal probieren Parking Break lösen hier das J-Beam kann man da irgendwas verändern dann werden wir mal starten mal sehen ob wir gut starten können ähm ähm so oh boah boah das war nicht so gut haben wir auch schon gleich unseren ersten Crash haben wir auch schon gleich unseren ersten Crash haben wir es nicht mehr geschafft zu starten nein starten mal in die Richtung aber Flugzeuge in Wimiti sind schon echt geil so der ist hoch schnell da drüber ähm so G H ist klar F nur ich komme irgendwie nicht runter doch ach okay hatte was falsch nicht hingeschrieben so jetzt fliegen wir mit dem Teil schön aber irgendwie geht das Teil immer runter das ist verdammt gewöhnungsbedürftig die Störung weil mit also mit T gehe ich runter mit G gehe ich hoch mit H nach rechts mit F nach links mit dem Pfeiltasten Schub und halt eben kein Schub und dann hiermit mache ich das Seitenruder und da crashen wir auch das ist nicht so toll okay der hat wahrscheinlich keinen Kurs boah es gibt so ein hässliches Klacken wenn man dieses Flugzeuge fliegt das ist echt hammerhart nervig wir werden jetzt mal nach rechts starten also die Störung ist extrem gewöhnungsbedürftig bei dem Teil also die Störung ist extrem gewöhnungsbedürftig bei dem Teil so come on also der F puh finde ich Jawsysams Flugzeug also Jawsysams Cessna einiges besser ok so wie schnell fliegen wir denn eigentlich vor allem muss man immer wieder G antippen weil der sonst nicht hoch fliegt also egal Höhe behält er nicht bei das ist das Problem ach der hätte die Dings der sollte mal die Dings umtauschen vielleicht kann ich ja danach selbst etwas ein bisschen machen also er sollte also er sollte das Höhenruder das Seitenruder mit diesem Gott ich weiß gar nicht wie die heißen also die Falltasten mit F und H tauschen so so und jetzt crashen wir schön das Teil mit 238 so hier erstmal schön den Flügel der jetzt da rumwabert und dann wunderschön der Aufprall hier so hier dann wieder Gas das und so 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 und jetzt hoch hochziehen 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 und er zog nicht hoch überhaupt sogar nicht hoch also dieses Flugzeug wie ihr seht ich komm mit dem Flugzeug nicht gleich ich will mal ganz kurz was testen wir gehen gleich wieder zu den anderen Cessna jetzt zum Vergleich so sieht ja das traut sich Samsessen aus ok das scheint wieder zu gehen AHHHHH so warte so so ok dann war das F und H ok jetzt wird wow jetzt kurschen wir die mal kurz und der Propeller ist kaputt wie ihr auch gerade seht und diesen Bug gibt es ja noch ich denke ich werde mir erstmal wieder davon die ähm Preview Fassung installieren weil ich mich da immer besser klarkomme so ähm ok jetzt haben wir was aber jedenfalls wir wollten ja heute uns um die Cessna 120 kümmern auch schon ein nettes Flugzeug Flugzeuge sind wie mit sie überhaupt geil vor allem wenn wir gerade so hochziehen so oh das war knapp oh das war nochmal knapp boah das ist so kompliziert das zu steuern komm wir landen das Ding mal oh das war ne scheiß landung mal grob zu sagen um das tat dem Flugzeug gar nicht so gut ich will es gebrochen 72 das Ding wiegt nur 500 Kilo interessant ich denke mal das wiegt schon ein bisschen mehr als 500 weiß nicht aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass das Teil nur 500 wiegt oh wir haben hinten unseren Reifen kaputt das erklärt auch warum wir da eben die Funken hatten und jetzt das würde ich gleich gerne mal hoch das das präppst du jetzt ganz schön aus so jetzt erstmal das Heck hoch und wir heben ab wir fliegen so also ich glaube so langsam komme ich hinter die Steuerung so langsam verstehe ich es glaube ich so wo werden wir denn gegen crashen oh das ist jetzt nicht gut für die aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs oh das ist jetzt nicht gut für die aerodynamischen Eigenschaften des Flugzeugs aber wirklich bemerkbar ok jetzt macht es nicht bemerker jetzt macht es nicht bemerker jetzt macht es nicht bemerker ah scheiße äh jetzt kracht es runter man merkt es echt ok wir werden es einfach mal reloaden nochmal und dann f ein bisschen nein so hier noch so ähm das dürfte grenzen ich werde ein bisschen jetzt hier lang und fliegen schön hier drunter durch das dürfte jetzt aber pro pneumatisch werden damit hätte ich früher rechnen sollen dagegen hier und jetzt stürzen wir ab das war nicht so nett kein schnieker Unfall äh so also bisher favorisiere ich die Cessna von Jersey Sam ich finde die ist ein bisschen besser weil einfach die Steuerung hier so kompliziert ist ähm Downloadlink ist natürlich wie immer auch für die dieses Flugzeug in der Beschreibung könnt ihr euch ja mal downloaden wenn ihr den Flugzeugen interessiert seint und ich schätze mal wir werden die Maschine noch nächstes Dings noch nächste Folge verwenden und dann sind wir erstmal wieder längere Zeit am Boden weil ich glaube es na doch es gibt noch ein Flugzeug geplant warte man kann nicht zwei Tasten man kann nicht so viele Tasten gleichzeitig auf dieser Tastatur machen ich höre wieder meine alte Tastatur übrigens es haben sich auch ziemlich viele gemeldet ähm jetzt müssen wir hier irgendwie landen dass sie eine Montage machen wollen also eine wie heißt das boah ich bin grad echt durcheinander es haben sich viele gemeldet dass sie ein also ein Best of sozusagen machen wollen von BMG einer hat sich schon für ich hab eigentlich die ersten jetzt schon mal akzeptiert für 0 bis 100 äh 1 bis 100 und 2 äh 1 bis 200 das Problem ist es haben sich halt eben noch viel viel mehr gemeldet und ja da weiß ich nicht wirklich was ich machen soll da ich nämlich ja es gibt halt eben viele die gerne machen würden also ich denke ich mache es so dass ich ähm na diese die ich schon festgelegt habe ich weiß gar nicht wer das ist das zeige ich einfach in der nächsten Folge die werde ich dazu die werde ich hochladen und die anderen werde ich verlinken oder so ich werde einfach mal gucken ihr könnt sowieso immer Best of's machen wenn ihr wollt und dann oh 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 oder macht es einfach so ihr macht den Best of ich lass hoch also wer jeder der Interesse daran hat lädt hoch ich hätte gar nicht gerechnet dass wir jetzt so viele wollen und deswegen war ich auch nicht darauf vorbereitet aber wie gesagt wenn ihr Interesse habt einfach machen dann mir eine PN schicken wenn ihr fertig habt und ja ähm so falsch hast du mir gesagt gut dann jetzt hier einmal bitte hochschnell so auch so ich hatte den Vorschlag bekommen dass ich also einer der Physして gemacht dass ich ja mal ein ich bin in den letzten Folgen so durcheinander ich habe ein Flughafenwert machen könnte das mache ich nicht ähm Alter Jetzt, das regt mich so hart auf, dass ich wieder M sage. Also das mach ich nicht mehr, da ich einfach... Ah Gott, ich bin grad... Ich kann mich grad echt nur konzentrieren. Also ich werde das nicht machen, weil Insane-Negas sowieso an einer arbeitet. Und das wäre dann sinnlos, zwei zu haben. Vielleicht irgendwann später. Aber ich werde erstmal eine andere machen. Und zwar eine für Autos, also eine Auto-Crash-Map. Und danach werde ich eine Flugzeug-Stunt-Map machen. Vielleicht, also, okay, die Reihenfolge ist nicht festgelegt. Aber irgendwie so, ich werde, soweit ich versuche es zu machen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es mache. Ich denke, ich werde es machen. Und ja, soweit erstmal von mir. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann stürzt er so kurz ab. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.